so dann jetzt noch mal hier hallo und herzlich willkommen zurück zu guardian legend ja ich bin jetzt hier gleich am passwort ding ich habe jetzt gedacht ich mache weil es eh schon kurz ist machen wir jetzt gleich hier den nächsten teil noch mit sonst muss ich wieder das nächste mal dieses dämliche passwort eingeben nächste woche jetzt eigentlich mal wieder zwei korridore erledigt und dann fehlt uns glaube ich weiß gar nicht wie die dann noch kommen ich habe das korridor 1 bis hin ist ja also so komisch man fängt irgendwie bei 1 an bei 2 oder so ich bin schon ganz gespannt was mit diesem verarbeitet ich hoffe nicht dieser navi boss deswegen sind wir eigentlich nicht das ding ist ganz cool ja kein risiko eingehen diese schallwelle ich bin irgendwie ja ganz grüne das ist der epic pilz der epic pilz habt ihr den gesehen der ist ja abgefahren drauf da wenn man sich da jetzt mal wieder dann hätte ich hier gehe jetzt bitte einfach flögel spielen weiß immer gar nicht was die kommen hier wollen ja was ist denn das ja genau ist schön alles alles in ordnung habt ihr schon recht ihr habt schon alle die man will halt bloß wieder mit gewalt ein wenig mein leben kaputt machen dann weiß ich sitze meistens plus standard war für ein wahl 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 Bore vis-a, wie kann man das sound auf demDonalsack nach ... crux des небos Okay, was für'n Boss da auf diesem Aufruf. Der hat doch schon wieder. Den hat man doch schon mal in grün. Ja, nur ein Sack. Komm, Alter, bitte hier. Lass das ja bitte sein. Und so schwierig ist das jetzt eigentlich so in dem Sinn nicht, dass es bloß halt irgendwie schon wieder abgefahren hat. Ja, weil das anscheinend so ein Boss ist und ich halt überhaupt keine Healing Points und nix krieg, ne? Weil ich den jetzt nicht gleich besiegt hab, bin ich halt am Arsch, ne? So, hallo und herzlich willkommen zurück. Okay, ich hab' gleich mal hier, weil's so schön war. Einfach machen wir jetzt gleich mal Korridor 3 noch mit dazu. Dann gibt's jetzt heute mal mehr Input. Aber jetzt hab' ich euch ja lange Zeit nicht alleine gelassen. Also, passt das glaub' ich schon. Alter, das hast du jetzt gerade noch nicht erlebt, ne? Wer hat man denn den grünen besiegt, bitte? Nehmen wir das Ding da aus, was kann denn das? Boah, da war ich jetzt wieder sehr unvorsichtig gerade eben, ne? Wie ist immer das, wenn man denkt? Ah, ich bin mal hier. Warte mal, bis zum Bossfight auf. Na, ich glaub' das schaut doch nicht so verkehrt aus, ne? Bei diesem Boss. Ja, wir sind nämlich gerade eben schon mal versaut. Ne, das gefällt mir aber irgendwie auch nicht. Das ist doch schon eher was für'n Fuddy. Ich helfe dann alle fleißig Mietzinger. Da müssen wir echt schauen, ob's irgendwo Noten in diesem magischen Internet gibt. Da kann man da was auf'n Dudelsack covern. Alter, jetzt spiel' ich ja noch schlechter als gerade eben. Was ist denn jetzt einfach mal kaputt? Da gibt's gerade eben, weil ich wenigstens schon mal beim Bossfight. Ach, Mist. OTA-Button to charge up shoot, ne? Alter, echt Digi. Uff. Da sind wir nämlich das da oder das, was ich jetzt gerade hier ganz am Anfang hatte für diesen Boss. Ich weiß auch immer noch geil, ob das so random immer alles auftaucht oder ob das immer in derselben Reihenfolge kommt, ne? Ich weiß, wie weit kann man bitte seine komischen Sporen bitte verbreiten hier, ne? Ja. Ich hoffe, dass das jetzt echt was wird, ne? Also, ich glaub' schon, dass das jetzt besser ausschaut. Man darf da bloß sich nicht immer dazu verleiten lassen, sondern man muss den unbedingt so schnell wie möglich kaputt machen. Lieber vorsichtig spielen, entspannt spielen. Und wenn's ein wenig länger dauert, dann dauert's halt dementsprechend ein wenig länger. Ja. Ach, Mist. Entspannt bleiben. Ja. Wie hört das grad mit entspannt bleiben? Ja. Wie hört das grad mit entspannt bleiben? vielleicht geht er jetzt gleich kaputt das wäre doch sehr schön oh fuck alter fuck das glaubt dir kein mensch hast du das gesehen ich habe ich jetzt wieder hat sie fragt nä alter hm 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 hä mehr zu klar oh ja mein herz echt leute so jetzt will ich nur mal schnell gucken ob ich jetzt auch wirklich alles hier erforscht habe da kommen jetzt geht es oben rechts weiter das ist hier noch irgendwie ja gut irgendwo gibt was jetzt sagt wie sind das kann ich zum beispiel gar nicht einsetzen das finde ich jetzt irgendwie weil ich weiß was das macht hier in meiner fliegzeugform geht es aber ich glaube hier war ich doch schon überall ich glaube hier gibt es keine gut ist mehr war hier drin ach guck mal dann speichern wir das doch gleich einmal so haben wir schon mal jetzt ein passwort sind wir schon mal safe ne go out ja doch hier diese komischen ananas freaks kenn ich doch noch also wir sagen jetzt einfach mal wir haben hier jetzt schon alles erforscht aber wir könnten jetzt schon mal in die richtung laufen da gibt es noch so ein shop irgendwo und wenn das so lustige sachen kaufen kann wo war denn der jetzt würde bei notfalls lauf ich dann halt noch einmal zu hierher zurück weil ich hätte jetzt ganz gern hier ist die ultimative abgegradete pimp war für mich das wäre schon geil aber gut ja speichern wir gleich noch einmal wie weiter ich schon mal zu meinem ziel kommt desto besser genau was bin ich hier der war doch ziemlich hier in mittig irgendwo ne aber hier unten war auch was da konnte ich aber nichts kaufen oder da war hier was zum kaufen nee da war ja noch mal ganz anderen key dazu uff ein s hier konnte man was kaufen nee ich glaube ich muss hier hallo geh halt bitte was ist denn ach ich glaube wenn ich hier war konnte ich doch hier aber den habe ich schon leer gekauft ne nee das ist hier zum speichern scheiße das ist immer wenn du halt kein hirn hast ne also ja den habe ich schon leer gekauft da gab es doch nochmal irgendwo ein wo das doch 400 oder was gekostet hat ne ja hier war hier wieder epic du kannst hier dich aufladen und Sachen kaufen cheater boy ding ein e wahrscheinlich wie east ne jetzt bin ich im osten da war wieder das blaue das komische kreuz hier huuuu guck ne jetzt bin ich schon langsam echt verwirrt ne jetzt bin ich schon langsam echt verwirrt ne wo war denn das wieder ne ah Leute 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 nächste gibt es hier wo es trifft wo es trifft mhm Okay, C6, Special Weapon, C8, No Weapon and Shoot. Sag mal Guckuck hier, ne? Ich glaube hier war der, ne? Er legt mich, ja da baue ich 500, echt alter, 500? Das ist jetzt aber echt nicht der Ernst. Was ist da? Na, da brüte ich nicht. Uff, wenigstens etwas. Hm, ich habe meine ganzen Wappen. Es müssen noch ein Kippens, das spricht bei NB Norbert wahrscheinlich, ne? Nord, Nord, ne? Was ist denn das? Wahrscheinlich ist der Original Japan Aswastika und das müsste man hier wieder rausschneiden, ne? Halt, zensieren. Das ist ja so ein böses Symbol hier in Deutschland. Oh, Alter, was sind das für lustige Grafikgerätschaften, ne? Ja, schau nie. Da gibt's einen Weg. Oh, ein Viereck jetzt. Ein Viereck. Hätte das blickt doch keiner, oder? E. Warte mal, da war ich doch jetzt gerade drin. Was kommt doch von E? Ne, wir gehen jetzt mal hier nach oben und schauen mal, ob wir jetzt irgendwie da in die neue Area kommen. Da können wir bestimmt dann gleich speichern. Na, schau nie. Da gibt's jetzt eigentlich. Da brauche ich wieder so ein scheiß Viereck. Ja, leck mich am Sack, ne? Pfff. Ja, ich werde mir auf jeden Fall mal so ein japanisches Original irgendwie reinziehen. Ob hier wirklich ein... Ja, wir speichern jetzt hier schnell nochmal. Da, 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 da. So. Ich will jetzt aber schnell nochmal hier meine Weapons pimpen, ne? Oh, Digi, Alter, das schaut doch schon wieder nicht so toll aus hier, ne? Meine Weapons muss ich pimpen, ne? Sag mal, kannst du auch Deutsch reden, mein Freund, oder wie ist da was da los? Die Waffen verbessern. Ich will jetzt noch schnell meine Waffen verbessern. Ah, da guck mal, da oben, da ist was, ne? Ich will bestimmt was kaufen. Da will ich jetzt nochmal schnell reingucken. Oder da geht's in den... Zum nächsten Korridor. Zum nächsten Korridor. Cannot be removed. I think I goofed up when I sealed it. I think I have to ask for help from the brown creature several times. Ach, komm! Und die vier kommt mal gar nicht rein, weil der ein Goofy ist, ne? Das musst du dir mal vorstellen. Hey, I goofed up, ne? Das sagt doch kein Mensch. I goofed up. Aber das wandert jetzt in meinen Wortschatz. I goofed up. Du bist ein Goofy. Alter, Digi, hau ab! Ah! So, was hat's jetzt verbessert? Meine Life Points. Will aber meine Weapons verbessern, ne? Oder wenigstens so ein Upgrade für meine Chips. Gibt's doch nicht. Da geht's dann anscheinend zum nächsten Korridor, ne? Korridor 14. Komm, jetzt musst du hier irgendwas zum Pimpen geben, hier jetzt langsam, oder wie, oder was? Komm mir grad vor wie Depp. Aha. Okay, hier geht's in den nächsten Korridor. Und hier find ich jetzt hoffentlich auch noch mal was. Aha. Schminken. I will sell only one of these to you. Hm. Da muss man sich jetzt echt überlegen, ne? Ich weiß, die gepimpte Waffe ist schon geiler als, als Life Points, oder? Weiß es also genau. Scheiße. Ah. Wo wollen wir nehmen mal das hier? Also irgendwie gibt's so manche Waffen, die kann ich jetzt so in der Form gar nicht benutzen, hab ich das Gefühl. Ja. Ach, das liegt daran, dass ich keine Chips hab. Ich bin ein Volklongo. Halt doch, du bitte Dein Maul. Halt doch bitte Dein Maul. Bitte Dein Maul. Bitte Dein Maul halten. Der Epic Special Agent, ne? Oh, fuck you, Alter. Ich will jetzt sterben. Ich will doch mein Goodie haben. Fick, Alter. Was war das jetzt? Was, was hab ich da gekriegt? Ich weiß es nicht. Ich hab mir eigentlich richtig vorgestellt. Hauptsache ich kann hier. Ah, schon hier, da gibt's auch was. Ah, das ist anscheinend Speed Up, oder? Ich lauf jetzt schnell in der Gegend. Warte mal. Ist da irgendwas? Shield Attack. Chip Max. Weapon Power 1. Use Chip. Hä? Wurscht. Aber ich glaub ich bin jetzt schnell unterwegs. Das finde ich doch schon mal sehr gut. Jetzt hätte ich ganz gerne ein paar Chips. Ah, jetzt kommt der nächste fucking Boss. Und ich hab wieder keine Chips, ne? Geh ja schon wieder. Einen Schimpansen hatte ich doch schon mal. Ist cool, der bewegt sich gar nicht mehr. Na der war jetzt, der war jetzt cool, oder? Hm, ja. Haha. Ich habe nix Chips. Was gibt's denn hier? Kann ich hier nochmal was kaufen? Ne, von hier komm ich, ne? Ah, schon hier hin. Corridor 14. Geh, dann ist als nächstes Corridor 14 am Ding dran. Nächste Woche. Dann müssen wir hier schnell speichern. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal richtig hardcore geil coole Waffen. Ich hoffe ich hab nix vergessen. Wenn man dir halt irgendwie sagen muss, oh Diggi. Ah, mir fehlen jetzt Chips. Wir müssen ja da nochmal richtig schön einkaufen bei dem blauen Bobbelgerät. Wurscht, ich kriege schon neue Chips irgendwo mal her. So ist... Man ist ja nicht so, als hätten wir bei armen Leid sahen, ne? So, dann sagen wir mal vielen lieben Dank fürs Reinschauen, zuschauen. Hab euch lieb. Bis zum nächsten Mal. Ciao wieder mal. Jetzt wird es dir langsam richtig gut das Spiel, ne? Hehehehe. Dreh durch. tülüüüüü